Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der hier vorliegende Antrag belegt einmal mehr die gesinnungsethische Haltung der Grünen bei ihren politischen Zielsetzungen. Da sprechen Sie in Ihrem Antrag von Forschungszielen und von Forschungsergebnissen, die gesellschaftlich nicht erwünscht sind. Können Sie mir einmal sagen, wer dieses gesellschaftlich Gewünschte identifiziert? Sind Sie da vielleicht in der Gedankenwelt von Menschen, die glauben, ihre eigenen Vorstellungen von der Welt wären so rein und edel, dass sie für alle anderen gelten sollen? Sind wir da vielleicht bei Rousseau's Volonté Générale und dann natürlich wieder bei den Jakobinern und ihren ideologischen Nachfolgern, die glaubten, den allgemeinen Volkswillen zu kennen und ihn mit den unterschiedlichsten Gewaltmitteln durchsetzen zu dürfen? Und wie ist das zu verstehen, wenn Sie im ersten Absatz davon sprechen, dass, ich zitiere aus Ihrem Antrag, aufgrund von Initiativen aus der Friedensbewegung und von anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen, Zitat Ende und jetzt freigesprochen, immer mehr Hochschulen eine Zivilklausel in ihre Grundordnung angenommen hätten? Was berechtigt diese gesellschaftlichen Gruppen dazu, solch eine Initiative in die Hochschule hineinzutragen, welche die Freiheit der Forschung maßgeblich einschränkt und behindert? Woher nehmen diese Gruppen ihre Legitimation? Und welcher Art sind diese Initiativen? Haben sie den gleichen Gewaltcharakter wie die Aktionen, mit denen heutzutage immer wieder Vorträge missliebiger Professoren an den Universitäten verhindert werden? Und sind die jeweiligen Universitäten durch ähnliche oder subtilere Gewaltaktionen zur Zivilklausel gezwungen worden? Alles Fragen über Fragen, die sich aus der Formulierung Ihres Antrags ergeben. Denn in Ihren apodiktischen Formulierungen verbirgt sich meiner Ansicht nach doch eine besserwisserische Attitüde, mit der Sie anderen vorschreiben wollen, Ihren Vorstellungen bedingungslos zu folgen. Und genau hier leisten wir Ihnen von der AfD Widerstand und wir werden die Freiheit gegen Ihre Gängeleien verteidigen. Im Übrigen widerspricht Ihr Antrag auch den augenblicklichen und grundsätzlichen Erfordernissen. Zum einen sagen Sie doch selbst, dass die Welt von internationalen Krisen und bewaffneten Konflikten geprägt ist. Gut, dass Sie das bemerkt haben. Unterhalten Sie es für verantwortungsvoll, sich als Gesellschaft aus der militärischen Forschung zurückzuziehen? Dann sollten Sie bitte bedenken, dass die Debatte um ein Verbot der Militärforschung auch verteidigungsmilitärische Forschung ausschließt. Ich hielte es für verantwortungslos, die Menschen des Landes, für dessen Wohl zu sorgen, wir als Abgeordnete die Verpflichtung übernommen haben, schutzlos potenziellen Aggressoren auszuliefern. Aggressoren auszuliefern, die sich einen Dreck um unsere Friedensliebe kümmern und alles heransetzen, militärische Überlegenheit zu generieren. Verantwortungsvolle Politik wird alles tun, um die Wehrhaftigkeit des eigenen Staates aufrechtzuerhalten. Und dazu gehören auch Forschungen im militärischen Nutzbereich. Zum anderen lassen sich Forschungsprojekte nicht immer genau den zivilen oder militärischen Bereich zuordnen. Denn die Entwicklung von Waffen beschränkt sich nicht auf ihre gezielte Forschung. Waffen können auch das Ergebnis einer Forschung sein, welches am Anfang noch nicht absehbar war, das betrifft weniger die anwendungsorientierte Forschung, aber durchaus die Grundlagenforschung. Zum Dritten ist nicht die Forschung die Quelle des Übels und ihre Ergebnisse, sondern die jeweilige Gesinnung, mit der man das Erforschte einsetzt. Wissen ist zunächst einmal gesinnungsfrei. Es ist nicht per se gut oder schlecht. Und Waffen sind es auch nicht. Der Einsatz von Waffen kann dem Schutz dienen oder der Verfolgung böser Absichten. Ja, man kann ja bekanntlich sogar ein Auto bewusst einsetzen, um zu töten. Ich hoffe nicht, dass die Grünen dann irgendwann einmal einen Antrag stellen, die Forschungen im Bereich der Automobilbranche einzustellen. Die Zivilklausel beschränkt also die Forschungsfreiheit, gefährdet den technologischen Wissenstand unseres Landes im Militärsektor, macht uns in Verteidigungsfragen abhängig von anderen Ländern und führt zu einem Spitzelsystem und einem Kontrollwahn, der unserem Ideal der Forschungsfreiheit diametral entgegenläuft. Wir lehnen den Antrag ab, möchten ihn aber gerne im Ausschuss diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank.